Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infinity 1.10. Ich habe ein bisschen umgebaut, beziehungsweise ich habe einfach nur dekoriert. Ich habe die Wände mal umgewandelt in wunderschöne Planks und noch mehr Planks und gechiselt und gechiselt in bits. Das ist nämlich einfach nur ein Stein in einer Lage Holz drauf im Kachelmuster, weil ich wollte ein bisschen kreativ werden und ja, es ist jetzt ein bisschen bunt, aber ich finde es okay. Ich werde es glaube ich noch ein bisschen gediegener machen. Das ist nämlich eigentlich heftig, aber erstmal reicht es. So, habe ich hier was gemacht? Ich glaube nicht. Ich habe die Dinger hier. Ich mache ein bisschen Kohle und Bricks und Stahl, denn ich möchte gerne kurzfristig die Mechanism-Sachen bauen, die wir halt so brauchen. Einmal den Emarchment Chamber, die Smeltery und den Crusher und das ungefähr in der Reihenfolge auch. Und dafür brauche ich einmal das noch. Vier Bricks. Habe ich. Gut. Als erstes brauchen wir den Enrichment Chamber und dann brauchen wir auch Stau und Osmium. 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 So, für Steel-Casings. Mahine. Mensch. Einen hiervon. Und noch ein paar mehr davon. Ist das ein Kühlschrank? Tatsache. Kugeln vom Blockheiz. Ja. Okay. Gut. Ja. Macht was. Ach, da ihr will. Okay. Okay. Vier Stück. Nice. So. Zack, 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 zack. Enrichment Chamber. Ganz genau. Enrichment Chamber. Den hier. Steel-Casing. Steel-Casing. Kein Glas mehr. Ah, ich werde hier noch verrückt. Diesen blöden Glas. Oh, halt. Habe ich nicht noch ein ganzes Glas in meinem Beutelchen? Äh. Gute Frage. Das könnte eventuell nicht hinhauen. Und eventuell doch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Testen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Oh. Einer. Ein einziger... Ist das ein Witz? Ist das ein Witz? Okay. Dann eben nicht. Also ist ein Block... Glas ist... 4096. Ist ein Block. Das heißt, White-Stained-Glas habe ich auch keinen Block. 4096. Das ist ja quasi eine... Ding jetzt, ne? Okay. Dann weiß ich da Bescheid. Ich muss ernsthaft schon wieder Sand sammeln gehen. Es ist Nacht. Das ist... Kacke. Gut. Dann Schnelldurchlauf hier. Da habe ich noch eine Stavage-Zelle gemacht. Deswegen habe ich kein Sand... Äh, kein Glas mehr gehabt. Das ist... Wohl so. Und schnell nach raus. Das ist so mega erleuchtet hier, dass es aussieht wie Tag. Schnell hinpflanzen. Mhm. So. Dann brennen. Okay. Zwei Glas, ne? Kann ich direkt mal den zweiten Steel Casting auch schon machen für die... für den Smelter. Wenn wir denn das Glas kriegen... Oh, ist das... Pi... Pi... Pillets? Genau. Wozu brauche ich die denn hier? Hm, keine Ahnung. Gut. Zwei Glas für ein Casing. So, dann Enrichment Chamber. Wir brauchen zwei Basic Circles. Osmium plus Redstone. Noch ein Osmium. Hier das Osmium. Ähm. Kann ich nicht noch einen Grinder bauen? Ähm. Ne. Was... Ne? Was kann ich hiermit machen, damit ich... Ah! Ne. Crusher. Enrichment Chamber. Klar. Purification Shit. Bla, bla, bla. Signal. Messerator. Schade. Okay, gut. Also müssen wir noch auf den Crusher warten. Pech gehabt. Okay. Ähm. Zack, zack. Flipp. Und flipp. Von den Crusher brauche ich nicht unbedingt, aber den Enrichment Chamber ist das wichtigste erstmal auf einmal. Äh, als erstes, weil das nämlich das Ganze dann für viel pacht. Vervielfältigt, nicht vervielfacht. Äh, ja. Dann brauche ich noch mehr. Ähm, Stromkabel. Ich überlege gerade, wo ich die hin tue. Ähm. Second Cable. Tu ich die hier hin? Ja doch, das wäre zumindest sehr logisch. Und vielleicht sogar in die Kiste extrahieren. Vielleicht. So. Ähm. Eins, zwei habe ich. Zack. Und dann Enrichment. 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 Boom. Ich mag zum Beispiel Modell. Das sieht ganz fein aus. Enrichment Chamber. Also jetzt können wir das aus dem Momentliche verarbeiten. Envenium. Korrekt. Ähm. Enrichment. Aus einem Osmium-Orbit. Zwei Osmium-Dust. Bada boom. Gilt für dann alle Metalle. Das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Sehr schön. Dann gibt es auch die Factories. Die dann mehrere Slots haben. Sieht man an das Ziel? Wie viele Stats die haben? Basic Enrichment Factory hat glaube ich Puh sieben. Fünf, drei. Ne, Quatsch. Doch. Doch drei Slots. Fünf Slots und sieben Slots. Auf einmal. In den Factories. Gilt für alle Factories. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Smelter. Ähm. Dann brauche ich einmal. Muss ich einmal das hindurch schermelzen. Aha. So. Okay. Ähm. Redstone. Smelter. Ne. Smelter. Hier. Basic. Ne. Nicht. Basic Smelter. 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 Enrichment. Compressor. Combiner. Oh Mann. Oh. Ich hasse das. Das ist immer. Das macht keinen Sinn. Du bist der Smelter. Genau. Zwei davon. Glas. Und Steel Casing. Och. Nervensäge. Dieses Crafting Shit. Ist echt kacke gemacht. Was ist mir um... Kaum noch Glas ist mein Glas. Kaum noch Glas ist mein Glas. Äh. Hopp. Und... Die zwei... Wieder. Eins so. Spupp. Spupp. Okay. Glas zwei brauche ich glaube ich nur. Einmal, zweimal. Gut. Dann können die endlich auch mal ihren Job hier abgeben. Wird auch Zeit. Oh. In die Luft. Oh. Nicht schlecht. Sieht auch sehr cool aus. Ist aus mir. So. Die zwei. So. Dann. Energia Smelter. Das bist du. Nice. Zack. Da ist er. Aufgeladen ist er auch. Perfekt. So. Nie wieder Furnaces nutzen. Ja. Toll. Es ist natürlich so mega verschwenderisch. Yay. Naja. Also wir können jetzt den Sand... Ach komm hier. Nerv nicht. Den Sand hier rein. Und dann go give him. Äh. Halt. Das ist Quatsch. Dann wollte ich eigentlich mich um Stahl kümmern. Gerade mal kurzfristig. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so viel Eisen habe. Aber gut. Machen wir mal 16 Stück. Und dafür brauche ich dann... Obwohl. Ne Quatsch. 20 muss ich machen. Äh. Euren. Muss dringend farmen gehen. Und 2 Kohle. Denn nun können wir im Enforcement Chamber die Kohle zu einem, ja, Compressed Coldingsbums kompressieren. So in der Art. Und dann haben wir anstatt eine einzige Verarbeitungsart 10. Also verzehnfach haben wir jetzt quasi den Wert. Denn nun können wir mit... Ähm. Wie heißt es mal 10? 10. Genau. 10 Eisen. Und Carbon sind es hier. Äh. 100. Ne Quatsch. Zwar nicht, aber... Hä? Nur 90. Ist es neu? Warte mal. Carbon. Carbon. Was ist denn da? Steht gar nicht dran, oder? Nur 90. Sollten eigentlich 10 sein. Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren, wie viel das Ding dann macht. So. Zack. Ist ganz schön laut, wie immer. Und ja. Es sind nur noch 9, ha? Interessant. Wir gucken mal. Wie viel es wirklich ist. Ach ja, und natürlich das auch noch. Wir können das Ganze auch noch, ähm, mit Speed-Upgrades füttern, damit das Ganze ein bisschen schneller wird. Aber ich glaube, dafür reicht unsere Energie gerade nicht. Aber natürlich geht mit der Geschwindigkeit auch die Energieverbrauchung. Und zwar nicht linear, sondern exponentiell. Von daher, ähm... Gucken wir mal. Okay. Es sind also nur 9. Gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Können wir die Blöcke noch mal ein bisschen runterschrauben? Ja, schon besser. So. Ich habe auch ein neues Barrel gebaut. Mit Comparator diesmal dabei. Das heißt, hier wird natürlich jetzt angezeigt, wie viel drin ist. Ist ziemlich cool. So. Du bist zum Glück gleich fertig. Ähm... 8. 80 ist hier noch drin. Also genau für die 8 Einheiten hier. Gut. Gut zu wissen. Also zack. Dann kommt das jetzt hier rein. Und ich muss mehr Eisen sammeln gehen. Verdammt. Wieder fettes Farmen. Äh... Jo. Gut. Jellorium. Kann ich... Kann ich das Ding auch im Enrichment Chamber machen? Jawoll. Läuft bei uns. Ähm... Ach, was soll's. Okay. Gut. Ähm... Dann wird das immer hier hinten angestellt. Ähm... An... Orr... Uran resonating. Du musst bleiben, wo du bist. Wenn ich dich jetzt hier... Dich kann ich nicht im... Oh. Dann... Oh gut. Das Oranium bleibt also dem Industrial Craft treu. Also lassen wir es schon da drin. Und das können wir hier wunderbar verarbeiten. Schön. Schön, schön. Dann können wir ja auch direkt, weil wir es können, hier einmal konfigurieren. SideConfig. Eject. On. Output. Rechte Seite ist blau. Blau ist dieser Rahmen hier. Transport. Config. Output. Blau. Input. Brauchen wir nicht. Und dementsprechend... Okay, wenn es jetzt hier leer wäre, sollte es eigentlich nach rechts weitergeben. Wir testen das mal ganz kurz. Ach so. Ähm... Eject. On. Und zwar rechte Seite. Input ist hier links. Das rote ist nämlich Input. Und schon geht es rund. Ich glaube, das brauche ich gar nicht, oder? Output blau. Input. Links. In. Rot. Rot, 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 rot. Rot. Sollte das gehen. Ja, wunderbar. Läuft. Tust du auch extra hier in die Kiste? Tust du. Wunderbar. Ich liebe es, wenn Dinge funktionieren. So. Schön, schön, schön. Ja, dann würde ich sagen, ist noch Zeit. Ist noch eine relativ kurze Folge, aber dafür muss ich halt noch ein bisschen Farm gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020